So Leute, servus. Jetzt geht's gleich rein. Runde 2. Mit unserem Dual-Motorgerät. Schaut's da noch, hä? Heiler Scheiß, Alter. Oh, oh, oh. Komm, komm. Alter Verwalter. Der haut's raus. Und jetzt haut er den Schuh rein. Geht. Pops. Schauen wir mal was Schweinerns. Äh, äh, nicht ins Loch. Jawohl. Da sind wir schon mal drübergekommen. So, und jetzt wär bloß recht, wenn wir da irgendwie anpacken würden. Ja. Noch ein anderer rufen. Der hängt jetzt um den Trinken. Sau blöd. Sau blöd. Dann gehen wir mal da rüberfahren. Na, 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 na. Dann gehen wir mal. Na, da kommt's. Nee, 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 nee. Jetzt ist er weg von der Sekke. Das wird gar nicht so einfach, Leute. Jetzt komm schon. Jawohl, jetzt. So, jetzt machst du den auf da. Schaut es dir noch. Das Gleiche. Das geht zurück. Die Rübe. Jetzt komm hier auf. Das ist meine Rübe da. Au, 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 au. Sacramento. Jetzt wären wir da fast drauf gekommen. Habt ihr das gesehen? Das ist meine Arsch. Oh, oh, oh. 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 Da geht's halt weiter. So, dann wieder beide miteinander schieben. Mehr da vorne. Mehr zu hinten dazu. Mehr da vorne. Und ganz leicht. Hinten, komm, nicht zwicken da. So, muss ich mal schnell rüber gehen. Easy, wird er nicht hingeschaut, ist ja fix. Nicht einzufeln. So beerdig ist die schon, gell. Hei, 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 hei. Oh, cruisin'. Jetzt, ich helfe ihm, bevor er wieder rumhie ist. Da habe ich noch keine Ersatzteile. Ein kleines Hupferle. So, sag einmal. Bei sowas bleiben wir jetzt hängen, oder? Ist ja unglaublich. Schau, hier. Ganz leicht geht's. So. Endlich. Das Piepsen, was herzt, das ist immer mein Dämerling. Vorachs, Hinterachs, Mittelausrichtung. Der piepst die ganze Zeit. Der seckelt ja. Jawohl. Scheiße rum. Jetzt komm. Geht, du. Schweinstreiber, du. Jetzt zieht es ihn auf. Jawohl. Ja. Aber den Donenstauen ist natürlich nicht so gut, gell. Nein, das mach ich. Lass mich. Na, das ist das mit der Bodenfrei, gell, was ich gemeint hab. Da zieht sich um so eine Ecke rum. Das ist gigantisch. Das ist gang mit Antriebswollen nicht. Das tut keine Chance. Jawohl, Leute. Dann wünsch ich euch noch einen schöner. Macht's euch gut. Wir sehen uns wieder. Hoffentlich bei so einem schöner Wetter. Einigermaßen. Trocken ist ja schon mal was. Macht's euch gut. Aber wieder Ori. Tschüss. Dammti.